moin moin liebe shakes und fidget freunde willkommen zu einer neuen folge von unserem lieblings browser game ihr wisst es ihr kennt es es ist soweit 11 uhr ein neuer tag die sonne lacht wir waren im weight unterwegs und ich weiß gar nicht ich glaube das war schon mit all unseren neuen mitgliedern oder auch nicht doch doch eigentlich schon mit all unseren neuen mitgliedern war das sitze und ich weiß nicht wir werden jetzt schauen ob wir es geschafft haben kommt schon otti sie hier noch mal ordentlich an der kurve hat natürlich ohne ende lebenspunkte der gegner wenn hier ein paar treffer paar kritz dabei sind hier kam einer dann könnten was vielleicht schaffen hier überall ausgewichen ja und dann kann leider keiner mehr hier kommen die kritz schon besser ja ich hoffe auch dass ich jetzt am epic wochenende auf 200 komme für alle interessenten samstag 18 uhr gibt es den großen epic event stream hier von welt 35 wer die glocke aktiviert hat hat vielleicht schon eine benachrichtigung ansonsten würde ich mich natürlich freuen ach nein wieso ist das denn kein berserker move knappe kiste der samstag 18 uhr da werde ich gucken dass ich ja ich habe so überlegt 1000 bis 2000 pilze werden wahrscheinlich drauf gehen was wollen wir denn amulette habe ich nicht ja und da bin ich halt sehr gespannt was da so passiert was so abgehen wird hoffe natürlich dass ich ja machen wir stein gewinnung mehr schmutz dass ich gute epics bekomme hier sage ich euch gleich warst du mega nice wer aufmerksam die videos guckt der weiß dass das neues epic ist ist seid mega gut weil es kam völlig überraschend aus einer quest heraus und ich war so happy darüber weil so völlig aus nichts stinkt normale quest auf einmal zack ewiges wie nice ist das denn habe mich riesig gefreut ich kann jetzt schon mal anfangen weil ich war da echt unfleißig heute auf dem handy so oder so angriffe immer so eine sache finde ich äußerst mies aber immer nur früher im gegensatz zu früher ist es angenehmer geworden mit dem handy zu spielen definitiv finde ich persönlich die remastered version ist sehr gut spielbar auf dem smartphone und ich habe das so bei p30 pro vielleicht liegt es auch daran es kann funktioniert sehr sehr gut ein sehr leistungsstarkes handy bin mehr als begeistert davon und sehr sehr zufrieden aber auch das alte das p20 wo ich nicht das po hatte da war ich auch schon sehr zufrieden und wüsste halt nicht warum es jetzt anders sein sollte hier in den oberen reihen ist nicht mehr so viel bewegung da merkt man schon dass alle so ihr ding gefunden haben dass das hier so nach und nach geht hier werden wir leider von den darken knights wieder angegriffen das war eine knappe kiste hier das heißt wir werden das jetzt hier einmal noch mal an machen bis ja ich denke da werden sich alle gemeldet haben hier auf 487 da werden wir denke ich nach dem epic wochenende hier obwohl werden wir ja werden wir nicht auf 500 kommen aber ich denke wir werden da schon sehr hoch kommen hier kriegen wir auch denke ich jetzt ein paar prozent runter wieder fünf millionen abgezogen aber hier darauf freue ich mich jetzt ich müsste es eigentlich down bekommen und tatsache wir haben ihn down das biest ist gefallen und hier kann ich morgen erst ich weiß gar nicht was machen was machen was machen die sachen jetzt ausdauer ja ausdauer bonus mega nice also kann ja bis zu plus 50 prozent gehen mega praktisch so ich habe jetzt hier bei den pads habe ich extra mir den guide aufgemacht um mir das ganze noch mal anzugucken ich habe das ja mal verlinkt ich muss gucken ich brauche tintag also mit 45 soll man tintag schon besiegen können sehr optimistisch hier im guide steht halt 45 ja okay es ist sogar tatsächlich möglich wir haben es gerade gesehen man müsste es sehr weit runter prügeln das problem ist heute wäre feuer dran das ist insofern ein problem dass wir unser orkodil nicht pushen könnten aber unser kokofö dafür könnten wir füttern ich weiß nicht wie man den down bekommen soll mit diesem level aber ja das auf 8000 runter war der beste try aber sehr viel weiter weil werden die pep stärker auch umso mehr man hat oder ist das nur für unsere attribute weil ich sehe hier keine chance tintag zu legen mit den aktuellen level null chance ich muss den auf 50 bringen oder so also ich sehe keine chance den so zu legen fangen wir jetzt hier erstmal an gehen halt auf nummer sicher sehr schön und hier na Junge weil es halt natürlich schon sehr viel weiter nice und auch ein 56er ja ist halt nicht immer so einfach Tink auf 90 gut ja das dauert dann noch ein bisschen Lillipon auf 95 gut das dauert auch noch 10 AUG auf 49 ja da sind wir auch fast aber Trauben waren jetzt eh nicht so oft da ja und Gulp haben wir ja auf 31 das läuft ja alles Koko wird da jetzt gefüttert und wie gesagt das Oko Deal ist finde ich für mich nicht schaffbar den Tintag zu machen ich weiß hattet ihr mehr Glück könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben ob ihr mehr Glück hattet mit dem Oko Deal gegen Tintag ich sehe da absolut keine Chance aber auch so bei den Dungeons bei mir selber absolut keine Chance bei mir selber da irgendwie irgendwo weiter zu kommen ja das ist unglaublich und hier wie gesagt bei einer Quest gewesen hat weniger Rüstung gehabt als meine alten Handschuhe hatte aber Geschick mehr gemacht und ich glaube das waren Ausdauer Handschuhe ja extra gewesen aber hat halt alle Stats hoch gemacht glaub ja so ein 3er Slot besser gewesen aber All Stats fand ich denn auch schon ok also ich habe mich natürlich sehr 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 doll gefreut ich hoffe ich komme bis zum Epic Wochenende ein zwei Level höher wird aber sehr unwahrscheinlich wenn ich keinen Dungeon pushen kann wie gesagt ich komme nirgendwo voran ja das ist alles ein Krampf bei den Habitaten halt auch nicht hier überall das ist halt sehr schwierig ich könnte wie gesagt hier die pushen die Begleiter ich weiß nicht würdet ihr sagen es würde was bringen wenn ich die Begleiter alle auf mein Level nachziehe bringt das viel dann mache ich das natürlich anstatt erstmal auf meine Werte zu gucken es sind halt echt viele Fragen die ich jetzt logischerweise habe hier sind es nochmal 10 Stats auf Geschick jetzt nochmal ein Ausdauerstein ist halt die Frage wir sind wir bei 35 und wahrscheinlich aber auch nicht großartig großartig mehr dadurch schaffen wir kommen halt immer so in den 1,5er Bereich im Optimalfall vielleicht mal auf 1er runter grad waren wir auf 8 runter nach wie vor so ein Ding wo ich mir die zähne aus beiß jetzt 3,7 wieder auf 8,7,4 wieder auf 8,7,4 wieder auf 8,7,4 wieder auf 8,7,4 Es ärgert mich massiv, finally, Madame Mystique ist besiegt, holy freut mich das, freut mich das Boys, leider eine All-Star Affleck Maske, ohne Sockel, gut, es ist für scheiß Haus Wieso sind hier nur Stärke Gegner drin, kann mir erst mal einer vertehlen Auf 1,5 jetzt runtergeprügelt Überall immer nur Stärke Stärke Stärke, jetzt habe ich mich so gefreut auf 1,4 Oh mein Gott So viele hunderte Pilze, Madame Mystique rausgeballert und jetzt 5, keine Ahnung was, zwischen 5 und 7 twice Bei Beppo Holy Maholy Allah Tschüss freu ich mich, man Geile Scheiße Mega Oh Dudes Da war ich halt auch direkt nen Sockel rein, die hatte ich halt schon mal, die die meine Videos schauen, die wissen das Mega Boah Gott Bin grad ein bisschen on flea Also ich freu mich grad echt riesig, Mann Ohne Worte Und ich wollte ein paar Level nur steigen, ne so 2-3 Level und jetzt PAM Junge Und jetzt ist halt die Hölle da Und jetzt ist halt die Hölle da Es ist so Es ist so ein nices Gefühl Wenn man nach den hunderten Pilzen wirklich, Freunde Die Dinger hier im first while legt, ja Gut, dass das nicht lange anhält, war mir klar Aber wenigstens hab ich wieder mein schicken Geräusch Na jetzt Dass der natürlich wieder Auge macht, ist klar Auf 9 runtergeprügelt den Gegner Auf 6 Das ist mir jetzt auch völlig egal, ne Auf 67 K Wieder auf 6 5 K Ach nicht 5 K 5 100.000 6 Komm 5 K Wieso sag ich 5 K Oh mein Gott Ich hab den Zirkus hinter mir gelassen Auf 8 runter 2 Ich denke ich hat sehr viele Life Points für einen Intelligenz Gegner Ne Versuchen wir es heal Boah Oh ja Nice Wollte grad sagen, was hält mich da denn jetzt auf Komm, wir gehen jetzt noch auf 189 K Ach auf Junge Ich bin total total am Ende Dadurch dass wir den Zirkus geschafft haben Auf Level 189 will ich mich jetzt noch pushen Und dann beenden wir das Video Ja Einer jetzt noch Komme ich schon von da wieder da zurück Oh guck mal Warte Mega nice Ja so langsam geht es voran Könnte ich hier auch nutzen Zum Tool Slot Ja sehr sehr schwach Ne Auch nicht Komm mach mal Da überlege ich noch, ob ich die 2 Slot eventuell nutzen würde Weißt du was, ich mach das jetzt einfach Muss ich das einzeln klicken Ist ja ätzend Pfff Da ich das einzeln klicken muss Richtig eklig Dauert auch gar nicht lange Erstmal bei uns so einfach ne Einfach so einen Tasten klicken Ich weiß nicht Ich hab so Irgendwie nicht das Gefühl, dass das groß was bringt Aber Vielleicht wisst ihr da mehr Begleiter Auf 1, 6, 1, 60 K Könnte man jetzt darüber streiten, ob das entweder an meinen besseren Studs hängt, dran liegt Oder aber Da ran darf ich meine Begleiter Und jetzt Wird es wieder Sehr Unspektakulär Keine knappen Kämpfe auf 1, 8 4 4 8 5 5 Ne Keine Ahnung War mehr als ich mir erhofft habe Jetzt hier unser Fortschritt mega nice Leisetreter Geile Stiefel Megacool Freue mich mega, dass wir so einen Fortschritt jetzt hatten Auch wenn hier die Hölle jetzt ein bisschen hakt Aber überhaupt nicht schlimm Durch den Level Sprung werden wir denke ich nice Epics bekommen Ja und noch sind ja ein paar Tage, dass ich eventuell sogar auf 190 kommen kann Schon noch Mega gut Freue mich total auf das Epic Wochenende Wie gesagt Samstag 18 Uhr Livestream Da werden wir ordentlich blättern Freue mich tierisch drauf auf das was kommt Und ja bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen Und ja würde mich mal freuen ob ihr oder wie ihr das seht hier mit dem ähm Ja mit den Begleitern ob das was bringt oder ob man sich ja selber pushen sollte Werde mich jetzt hier auf 7000 Geschick erstmal hochklicken Na und dann ähm Schauen wir mal Den geht es ja auch schon bald für uns in die Unterwelt Freue mich auch mega auf dieses Abenteuer Weil ist auch für mich das erstmal Wird denke ich auch passend so beim Stream ungefähr fertig sein glaube ich Also morgen ja im Laufe des Tages so 18 Uhr am Donnerstag wird es fertig sein Und dann bin ich mal gespannt Denke ich werde ich eventuell die Unterwelt am Samstag freigeschaltet haben Und dann können wir mal da zusammen gucken Wie gesagt kenne ich da null aus Ich hoffe ihr könnt mir da auch so ein little bit helfen Und ja dann sehen wir uns hoffentlich schon am Freitag beim nächsten Video Nicht erst bis Samstag warten In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal